Musik Okay, ich muss da nicht durch, aber das hat mir doch gerade angezeigt, ich soll da durchfliegen, oder nicht? Fast 11 Uhr hier, krass Ist ja gut, dass mir das so gut angezeigt wird Okay, so anbringe ich schon mal nicht Okay Ich verstehe es nicht Guckt euch das an, er zeigt nach draußen an, da lang raus Das ist gerade nicht, was das Game von mir will Okay Ist schnell losgestartet Ja, aber er zeigt mir das Ziel an, Claudia, weißt du Ich lasse mir das direkte Ziel anzeigen Muss ich die Dinger vielleicht kaputt machen? Oh Mann, das sollst du gar nicht machen Da passiert ja schon mal gar nichts Okay Oh 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 Wer trifft mich? Ich dachte, da ist genug Platz, dass ich da noch stehen kann. Das ist ja alles ein bisschen ausprobieren, ne? Das ist ja alles ein bisschen ausprobieren. Das ist ja alles ein bisschen ausprobieren. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Das muss funktionieren. Also ich hab's verlangsamt, aber... Bringt das jetzt auch was? Okay. Okay. Das zeigt mir den Weg nach draußen. Also ich weiß nicht gerade, was das Game von mir möchte. Oh. Auch noch eins. Jetzt hab ich keine Stase mehr. Kacke. Kacke. Jetzt komplett eingefroren, oder? Nein, ist es nicht. Oh. Danke für die Rips. Scherelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Das muss funktionieren. Wenn ich nur wüsste, wo ich den anbringen soll. Es gibt außen auch nochmal zwei Strahlenkanonen. Boah, ich wette, wenn ich jetzt gleich wieder rausfliege, bin ich doch eh wieder tot. Noch nicht. Ich hab keine Stase mehr. Halt, stopp. Ich hab keine Stase mehr. Halt, stopp. Halt, stopp. Sag es mir, Spiel. Wo? Wo? Ich kann hier nicht landen. Ich werde gleich drauf gehen. Da. Halt durch. Halt durch, Isaac. Nice. Nice. Puh. Haben wir. Oh. Niceer Shit. Nehmen wir mit. Wo ist jetzt überhaupt oben und wo ist unten? Alter. Das ist Decke. Ja, nu? Das ist der Boden hier. Hier. Das erste Mal, dass ich kein... Zerstöre den inneren Strahl? 0, 1, okay. Ach, guck mal, da ist was drin. Das ist wahrscheinlich den zweiten noch kaputt machen, ne? Hallo? Info? Ah, danke. Interne Gravitationsstrahlen offline. Externe Strahlen bei voller Leistung. Jetzt soll ich die Außen auch nochmal zerstören. Ich werde auch gerade draußen, hätten wir doch alles mit einem Rutschen machen können. Aber nein, der Spieler muss ja unterhalten werden, ne? Einfluss in Baku. Bis zum nächsten Mal.